Oh du Kackvogel, weißt du, nehm ich das Öl von ihm weg, lauf schon wieder rein, aah, älter, das ist es doch, warum? So, okay. Das weiß manchmal keiner warum. Da hinten scheint noch so ein Öl-Ding zu sein. Oh, aber wie groß, ne? Sieht aber ganz schön tot aus hier, ne? Etwas. Oh, da vor uns ist ein ganz großer Berg, der baut sich grad bei mir auf. Alter, aber Wattenteil. Haben mehr. Boah, auf dem Ding hätten wir mal bauen sollen. Doof, ich kann nicht hochgucken. Der ist zu groß. So übel. Ich glaube, raufklettern ist auch nicht mal eben so, ne? Ne. Alter, wenn du da runterfällst, ne? Kannst du den mal markieren, auf deiner Karte? Also wenn du da runterfällst, bist du schon auf der Hälfte der Strecke tot, vor langer Weile. Hier, nennst du ihn so. Haben wir jetzt den Berg gefunden, wo wir Moria nachbauen können. Links von uns, links von uns ist ein Dorf. Der Olymp. Der Olymp. Der geht aber bitte nicht nach oben. Hier, wenn wir da langlaufen, kommen wir auf dem Dorf zu. Habe ich grad auf meiner Karte gesehen. Vielleicht können wir noch was klauen. So was würden wir nie machen. Nein, es wird nur strategisch umgelagert. Ein einfaches Dorf. Ja, ja. Ein Dorf. Habe ich ja gesehen, dass das ein Dorf ist. Trotzdem jedes Haus reingucken. Wie weit reicht Wasser nochmal zur Bewässerung von Feldern? Vier oder drei? Äh, vier. Wo ist denn die Dorfschmiede? Aua. Die haben gar keine Schmiede hier. Aber das Ding haben sie hier. Er läuft jetzt hier. Äh. Huh, Bücher. Was für ein Ding haben sie denn? Schau den grad. Hier, äh, Hängeblumen. Du lagerst oben, Mann. Wir haben sie noch mehr davon. Das ist angesteckt. Ja. Kein Wunder, warum die dich nicht leiden können. Ich glaub, die haben ein bisschen Angst vor uns. Alter. Dich mögen sie anscheinend. Da laufen dir grad vier Typen hinter, ey. Ja, ich bin halt ein geiler. Hä, 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 hä. So, weiter? Ja. Also das mit dem Geräusch kannst du unser Schibi ja schon ganz gut, ne? Ja. Oh, guck mal, Karotten. Nimm mal mit. Haben wir doch. Da könnte man ja fast überhaupt immer bei der Entwicklung des Spiels mit bei. Äh, ja klar haben wir die, aber für unterwegs zum Essen einfach mal so. Naja, ich hab hier die ganzen Dorfbewohner und Tiere synchronisiert. Lass mal so um den Berg drumherum gehen, oder? Meinst du? Nicht weiter in die Dings rein? Da um den Berg drumherum ist nichts. Aber vorne rechts ist ein, ist was. Ja, genau die Richtung. Alle hab. Alle hab. Hab. Wie geht denn nochmal eine Feldhacke? Erst am Eisen. Genau, du brauchst so zwei Eisenstücke hier. Ach, nicht mit Steinmeer. Nee, hab ich mich auch drüber beschwert. Auf Lava. Geht doch nicht. Ja, vielleicht hat er das Lavafeld markiert. Ach so. Das hier. Ach so. Sieht aus wie Blumen. Violets. Ja, dann fangen wir an zu ackern, ne? Oh, da hinten, Dorf. Noch ein Dorf. Was ist denn los? Oh. Eine Dorfgemeinschaft. Kann das sein, dass hier die Samen für die Felder echt selten sind? Oder gibt's die, die heißen, die sehen hier ja anders aus? Hm, nee, die kannst du mittlerweile nur noch mit der Hacke rauskloppen aus der Erde. Allein durch Gras abernten kriegst du die nicht mehr. Wie krieg ich die aus Hacke, wie, nochmal langsam? Ich muss das Gras mit einer Hacke kaputt schauen. Ich bin mit der Hand. Mit der Feldhacke. Echt jetzt? Biro? Wollen wir wetten, die Dürfer hier sind alle Glasfaser angebunden? Der hat sich hier zugebaut. Nicht immer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da haben wir was gefunden. Kiste, Kiste. Ja, ich hab auch eine gefunden. Aschehaufen und Dorn. Was soll das denn? Bei mir ist man wenigstens noch Schuhe drin. Ach so, wie kriegst du? Ja, die hab ich gerade leer gemacht. Ach du, wo Sack. Bis auf Aschehaufen und Dorn. Nein, du Sackgesicht, ne? Wo bist du denn? Beim Dorf. Oh, guck mal, was haben die hier? Keine Ahnung, sieht interessant aus. Skellion. Das war nochmal Skellion. Ja. Aus Wiesengras kann ich das machen oder hä, ich finde jetzt gar nichts mehr, um Samen zu senzen. Bescheuert? Einfach überall mit der Hacke lang und dann findest du die irgendwann. Was soll ich da setzen? Die Wiesengras? Ne, ne, Wiesengras ist nicht das Richtige. Ne. Ne. Ja, gerade, ich verhungere gleich. Warte kurz. Ich glaube, ich kann dir da was geben, wenn ich nachher wieder zurück bin. Ne, ich würde das wissen. Also, was muss ich dafür zerhacken? Die ganz normalen Grasbüschel, die auf der Erde sind. Die auf den Grasblöcken wachsen, die Grasbüschel. Alter, könntest du deine Schuhe wegpacken, die stinken. Ja, riecht dran. Aber ich habe gerade so viel Gras verhauen und ich habe nicht einen einzigen gekriegt. Ist mir ein bisschen nervig gerade. Vielleicht keine Hacke mehr, wenn du das überlegst. Ja, das ist das Chibi-Syndrom. Du musst dich erst gutstellen mit Chibi und dann läuft das. Ich bin doch mit Chibi gutgestellt. Hallo? Ne. Ne, was hast du gegen mich? Gutstellen sogar. Du bist noch nicht respektvoll bei mir. Du musst noch Ruf fahren. Claudia ist gleich einfach... Nein. Clown geht ja nicht. Unser Bauer ist ja zu Hause. Hey, wir sind Jesus. Wir können übers Wasser gehen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ob ich jetzt auch Wasser zu Wein machen kann? Kann Wein zu Wasser machen. Zu gelbem Wasser. Hm. Du Sau. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das was ist, womit man prahlen sollte. Kennst du eigentlich noch den Rückweg? Mein Gott, ein Tittenfisch hat sich bei mir verirrt. Jetzt muss ich den töten. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier überhaupt sind. Ja, mit hinten. Also ich... Oh, da hinten ist eine Bergkette schon wieder. Ich kann dir sagen, wir sind in Minecraft. Ja. Ich habe doch eine Uhr. Die hilft uns auch nicht weiter, ne? Links und rechts sind jeweils Häuser von uns. Ich will erst in das Linke. Och ne, ich bin grad ein bisschen idiotisch. Ich habe mir gerade Dolly-Ei gegessen. Jetzt verrät ich daran. Was hast du gegessen? Irgendein Ei. Ein Ei? Äh... Auge. Schon wieder ein Dorf, oder? Ja.